Hallo Leute, hier ist der WWE Sammler 14 mit einer kleinen Info, ja ihr seht es hier schon, mit einer kleinen Info für euch, mit einer großen Info für mich. Morgennacht, also eigentlich ja Morgennacht um 3 Uhr früh geht es los mit Fehl 98X zum Flughafen und dann fliegen wir, hier seht ihr es schon, zu WrestleMania 28 live in Miami, ja wir sind dabei, ich warte jetzt schon 7 Jahre drauf, dass ich mal live hinkomme, es wird einfach ein Hammer, ihr könnt euch auf sehr sehr viele Videos in Miami freuen, auch von WrestleMania, Fan Access, Hall of Fame, was es noch alles gibt, es wird ein Hammer für Figuren, Karten, es wird zwar ein langer Flug, so 9 bis 12 Stunden wird es dauern, aber ich nehme alles in Kauf, ich bin auch noch ein bisschen erkältet, mir ist es aber egal, WrestleMania ich komme, sage ich nur, und ihr könnt mir jetzt noch unten eure Tipps in die Kommentare eintragen, was ihr denkt, wer bei WrestleMania gewinnen wird, The Rock oder John Cena, da könnt ihr mir schreiben, und dann sind wir mal alle gespannt, wer dieses große Match gewinnt, natürlich wird es auch noch ein Hell in a Cell Match Undertaker gegen Triple H geben, ich freue mich so drauf, das erste Mal den Undertaker live zu sehen, boah, ich freue mich, ich bin so aufgeregt, es ist einfach nur genial, das war eigentlich nur eine kurze Info, Morgen geht's los, und ich sage dann Tschüss, bis dann.